Herzlich Willkommen zurück zu Crisis 2. Und in der Krise stecken wir wirklich zumindest nach der letzten Folge, wo ja eher weniger als mehr klappte. Es lag an diversen Faktoren erstens, weil ich ständig die Tasten verwechsel, dann drücke ich dann irgendwie B anstatt V und was auch immer. Auf jeden Fall nicht das, was ich dann drücken sollte in dem Moment, wo denn der böse Hampelmann uns gerade an den Kragen will. Okay, insofern ist dann halt öftiger zu solchen schwierigen Geschichten kommt, wie eben also solchen Scharmützeln, die für irgendwie keine Partei so richtig angenehm sind, insbesondere für mich nicht. Was ich noch extrem gerne hätte, wäre irgendwie so ein kleines süßes Scar vielleicht, nur so eine, aber das bleibt uns mal wieder verwehrt. Da drüben können wir erst Nachschub aufladen und einen Baketen, nee, das ist kein Baketenwerfer, das ist ein Geschütz oder sowas. Aha. Also quasi erst anlocken und dann niedermähen. So stellen die sich das vor. Ja, solche Fässer sind natürlich auch toll. Ich probiere einfach mal, die irgendwo hinzuwerfen, wo sonst vielleicht, ja gut, da wird sie uns sehr viel nützen. Da unten ist das total toll Platz hier. Was man vielleicht auch in Erwägung ziehen könnte, wäre eigentlich hier rüber zu hüpfen und dann da mal abzuhauen. Wie wär's? Bestimmt klappt das gar nicht. Also höchstwahrscheinlich nicht. Nö, klappt nicht, aber dafür landen wir dann gleich wieder im Feindesland. Und das nicht zu knapp. Na gut, prüfen wir das diesmal ein wenig, wenig schöner. Ich probiere gerade nochmal aus. F ist greifen, wir haben gerade nichts zum greifen, aber die Tonne haben wir gerade gegriffen. Dann ist V hier so zu boxen, das B macht den Visor an, wo man halt sieht, dass noch keiner da ist. Und was haben wir sonst noch so? So, dann haben wir hier noch so ranzoomen. Was haben wir noch? Was brauchen wir noch? Bewegen, sprinten. Das Übliche. Ja, eigentlich, eigentlich können wir alles. Nur, nur eben nicht so richtig. Gut, also hier noch Nachschub, aber wir haben Nachschub. Na, Panzerabwehr. So. Na gut, wir tarnen uns mal gleich fix. Und schauen wir mal nach. Na, schon wieder so übertreiben. Ich meine, sie müssten alles in Schutt und Ascheln liegen. Schauen wir mal nach. Da kommen schon so ein paar Wiesel. Und sie übertreiben es natürlich gleich eine Runde. Wir haben eins, zwei, drei. Sonst halt auf dem Radar. Und eine Skara da vorne, auch wunderbar. Ich mag sie insbesondere, weil sie, ich glaube, 50 Schuss im Magazin fast. Oder vielleicht waren es auch weniger. Auf jeden Fall, auch ein bisschen mehr Munition kriegt man da mit. Und ich mag sie einfach vom Verhalten her ein bisschen lieber. Tja, dann müssen wir die wohl anlocken, ne? Hilft da nix. Vielleicht haben wir noch irgendeine schöne Tonne. Womit das noch mal einen Ticken mehr Spaß macht. Versteck mich gerade mal hinterm Fahrzeug. Das wird aber leider nicht klappen. Dann wird uns nämlich der Hampelmann da hinten sehen. Mach's trotzdem. Der sieht uns gar nicht. Schauen wir nochmal die taktischen Möglichkeiten an. Da sagt er, wir könnten da hin gleiten. Ich weiß nicht, wie das gemeint ist. Keine Ahnung. Das ist doch kein Koloss, oder? Wo ist das ein Koloss? Ach, verdammt, wie das ein Koloss wäre. Das wäre nämlich keiner gewesen. Dann hätte ich mich jetzt gerade mal an den rangemacht. Den Stalker. Hätte den rücklinks erwürgt. Aber so wird es, glaube ich, wieder gar nichts. Ach, Mensch. Es fällt mir immer ein bisschen schwer, mir hier was zu überlegen. Wie ich da am besten rankomme. Was haben wir hier? Immer noch unseren Raketenwerfer. Vielleicht gehen wir hier runter. Falls wir ihn gesehen werden. Das ist aber auch eine blöde Position. Mal kurz Energie nach. Tanken. Ich halte auch immer ganz brav hier links unten die Anzeige im Auge. Wie sichtbar wir gerade sind. Mit gleiten meint er wahrscheinlich rutschen, ne? Aber rutschen brauchen wir, glaube ich, gar nicht, wenn wir uns hier durchschleichen. So. Ich bleibe jetzt hier. Bis zur nächsten Folge. Haha, witzig. So, den können wir nämlich rücklinks erwürgen. Halt. Vorher noch kurz ein bisschen Energie auftanken. In der Hoffnung, das sieht keiner. Dürft aber rein theoretisch niemand, wenn wir uns ungefähr so hinstellen. Mach mal wieder ein Visor an. Dann wagen wir das. So, und nichts wie raus. Nummer eins will erwürgt werden. Wobei der hier schon fast herguckt, ne? Das könnte kritisch werden. Mal schauen. Okay. Das hat nicht so geklappt. Mit nicht gesehen werden. Daran hat nicht geklappt. Das, also das, genau das mit dem nicht gesehen werden hat nicht geklappt. Ai, 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 ai. Ui, 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 ui. Der hätte uns fast gesehen, der Wursch. Und der Koloss ist auch schon quasi aktiviert. Also mir macht es ein bisschen Sorgen, dass die drei da so auf... Ach, lalala. Uh, der springt drüber. Ach. Der ist ein bisschen dick, ne? Der kann da nicht durch. Vielleicht kann ich den hier im Stealth ausknüpfen. Die zwei sitzen da oben. Und die würden mich höchstwahrscheinlich sofort sehen. So, der haut wieder ab. Haut da nicht. Na ja, wurschtelt er immer so durch. Na gut. Die drei haben da oben auch immer Spaß. Einer kommt schon wieder durch. Äh. Ich habe hier ein bisschen Angst. Freunde, Freunde. Und die da hinten, die machen auch Ärger. Ich möchte auch meine Energie mal wieder ein bisschen aufladen. Na, hier ist aber fix. Ups. Toll. Mann, da ist echt ein Nervenaufreiben hier. Also im Nahkampf war eine tolle Idee. Nur wir kommen da dann... Na. Nicht zum Zug. Ich glaube, wir hauen hier mal ab. Soweit möglich. Das ist doch ein tolles Spiel. Da habe ich doch gerade was für euch. Euch Burschen. Der Koloss ist dahinter. So. Ich glaube, das war ein guter Schacht zu. Ich hätte es eigentlich auch am liebsten anders gemacht. Aber wenn die mir schon mal diese Möglichkeit geben, sie alle auf einmal auszuradieren, dann nutze ich sie selbstverständlich. Als nächster ist dann der Typ da hinten dran. Braucht er sich so gar nicht verstecken. Wir kriegen dich doch. Kommt der her? Weiß man nicht, ne? So, lauf vorbei, lauf vorbei. Jetzt laufe ich an dir vorbei. Halt. Ach, Schirrwatt. Und da habe ich auch schon einen gesehen. Und Onkel Koloss ist auch nicht mehr weit. Und da ist noch einer. Das hat schon mal gut geklappt hier. Ach, uns fliegt die Welt um die Ohren. Nein, nein, nein. Das war der Koloss. Ich habe ihn doch gehört. So. Ich möchte hier gerne hoch, bitte. So. Mal schauen, wer da so guckt. Ob die Lust haben, herzukommen. So, wieder stumpf bleiben und alles, alles der Reihe nach ausbomben, die sie uns haben. Nee, sie schicken sich, glaube ich, schon an, hierher zu kommen. Und sie übertreiben es deutlich, wie man sehen kann. Da kommen sie an. Ja, was machen die denn da? Seid ihr verrückt oder was? Also, das sowieso. Sollte das nur einer sein. Werde ich doch gerade mal dafür. Ach, wie dreist. Da komme ich doch gar nicht hoch. Kommst du mal wieder runter? Kommt er. Aber da hinten komme ich doch gar nicht hin. Boah, diese Übertreiber. Na gut. Was er kann, kann ich auch. Wir brauchen aber immer Energie dafür. Und die machen das einfach so zum Spaß. Bomben die hier einfach die ganze Welt in die Luft, weil sie es können. Erzählen sich das dann nachher beim Kaffee-Klatsch. Ja. Mhm. So ging's. Also so ähnlich. Ich wollte doch eigentlich nur nach oben. Weil die bösen Buben ausradieren. Aber offenbar lässt man mich das gar nicht machen. Aber das war doch der essenzielle Bestandteil meines Plans. Das Wesentliche. Dass wir wieder nach oben kommen, um die bösen Buben auszuknipsen. Und so bleibt er da einfach hinten, oder wie? Sehr merkwürdig. Naja. Wir könnten natürlich auf diesen Vorsprung da, wenn das einer ist. Achso, hier könnte man rüber. Hier ist wahrscheinlich. Wo wartet er? Er wartet noch fleißig da in der Ecke. Wir müssen das doch eigentlich mal so klappen. So, hier sind wir. Dann als nächstes darüber. Halt. Nicht so weit. Schnell wieder tarn. Und hoch da. So, dann brauchen wir noch seinen Aufenthaltsort. Immer noch hinten in der Ecke. Die schnappe ich mir. Problem war vorhin leider auch, als wir da unter der Brücke klebten, war, dass wir uns von der Seite angenähert haben. Und weniger so von hinten. Und somit kann man dann keinen Stealthkill mehr machen. Dann wird aktiviert. Jaha, das war dann halt einer, ne? Die anderen haben offenbar keinen Bock herzukommen. Was das Ganze ein bisschen verkompliziert. Die warten da ganz munter und denken sich einfach, ach, der wird schon kommen. Warum machen wir uns nichts draus? So, dann komme ich halt zu euch halt. Habe ich doch gerade jemanden gesehen. Ah, genau den. Land, 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 da. Ich glaube, wir schnappen uns einfach mal. Das Gewehr. Bin ich da. Darf ich nicht? Ich habe mich schon wieder festgefahren. So, kurz schauen, wo die Jungs sind. Da kommt einer. Der ist wahrscheinlich hier rüber. Der bleibt gleich da oben. Na, steht, das war ja eine kaputte Tonne. Versteckt da sich wieder, der Edward mit dem Scheren hinten. Na, abladen. Aus der Hüfte raus, mitten ins Gefahren. Falls er da überhaupt was hat. Gut, soweit ruhig. Eventuell ist jetzt nur noch der Big Boss übrig, der Koloss. Um einige haben wir uns ja schon gekümmert. Ah, nee, da ist noch einer in der Ecke. Oder ist das der Koloss? Ach so, ist der Koloss. Ich dachte immer, da wäre noch einer. Na, das reicht nicht. Nein. Boah. Das ging aber nochmal gerade so eben gut. Naja. Also, in Ansätzen schon richtig könnte man sagen, was wir hier machen. So. Für den Big Boss gibt es ja eigentlich nicht so viele Strategien. Abgesehen von entweder Granate oder sowas hier. So, dann haben wir ein paar. Schauen wir mal. Den direkten Kopftreffer, ob das schon reicht. So. Ahnung. Reicht auch noch nicht. Nachladen. Panzermodus. Das reicht. Sehr schön. Uiuiui. Sonst ist alles cool hier. Na gut, dann haben wir das auch geschafft. Ich hatte schon denken, dass das überhaupt nichts mehr wird. Solange wir dran gesessen haben. Erstmal hier unterdurchkommen überhaupt. Das geht ja ungefähr so. Huiui. Einfach nur so zum Spaß. Naja. Das habe ich vorhin aus energietechnischen Gründen dann auch eher vermieden. Solche Späßchen. Achso, wir wollen uns, genau. Wir wollen uns noch die Scar holen. Was ist denn hier drin? Tatsache. Dann tauschen wir hier die Pistole aus. Die Leidinge. Müsste irgendwann auch eine Munitionskiste sein. Hier drüben. Dann können wir auch einen Raketenwerfer noch mitnehmen. Falls da einer ist. Tatsache ist sogar. Okay. Ich hatte vorhin gesagt, 50 Schuss hat, äh... Hat die Knarre hier. Aber sie hat eigentlich nur 40 Schuss. Im Magazin. Ich schnapp muss den auch noch. Und schon geht die Reise wieder munter, locker, leicht. Auf in Richtung Feindesland. Aber das freuen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Atomb bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. withdraw da bis zum nächsten Mal. Also mit Wir sehen uns beim nächsten Mal.